Also unser Video hat nicht nach Kacke gerochen. Es war nur nach Kacke benannt und da gab es so viel Resonanz drauf. Also das ist offensichtlich ein Thema, womit sich jeder beschäftigt. Und jetzt habe ich den Daniel gebeten, der uns noch mal ein paar Fragen beantworten kann, die alle von euch gekommen sind. Dann brauche ich nämlich nicht alle E-Mails zu beantworten. Und gleich geht's los. So, hallo Daniel noch mal. Grüß dich. Das freut mich, dass wir uns so schnell wiedersehen. Ja, also das liegt aber jetzt nicht an mir, obwohl ich dich natürlich sehr sympathisch finde, aber es liegt an unseren Zuschauern, denn die haben so viele Nachfragen gehabt. Ich habe ja gesagt, das beste Interview ist natürlich ohne Nachfragen, aber in dem Fall ist mir das nicht gelungen. Unglaublich aufmerksames Publikum, Augenschein. Ja, absolut. Die sind spitze, ja. So, ich hätte jetzt ein paar Fragen an dich und zwar das erste Mal ist die ganze biologische Haltbarkeit. Wir sind getadelt worden, dass wir jetzt Plastikmüll verursachen. Ja, genau. Also grundlegend muss man dazu sagen, das System kommt aus dem Medizinbereich und da ist es wichtig, dass es quasi hermetisch abgeriegelt ist, dass es sauber ist und dass die auch rückstandslos entsorgt werden können. Das heißt, dass das, was drin ist, auch drin bleibt. Wir haben den Gedanken aber weitergespielt und wir haben auch, bevor wir ins Caravan gegangen sind, da eine Rechnung aufstellen lassen. Also da gibt es auch eine Ökobilanz, die gibt es bei uns auch auf der Website. Und es ist relativ einfach, wenn ihr zehn von diesen Beuteln habt, dann ist es ungefähr so viel CO2 wie 1,5 Kilometer mit einem Fiat Ducato. Und vor allem, wenn man autark steht, ist das interessant, weil wenn ihr dann von eurem Parkplatz oder von eurem Standort einmal über so eine Entsorgungsstation fahren müsst und dann zehn Kilometer hin und wieder zurück habt, dann könnt ihr eigentlich mit den Folien im Verhältnis dazu, was an CO2 produziert, relativ lang freistehen, ohne wirklich einen stärkeren Fußabdruck zu haben. Nichtsdestotrotz sind wir auch dran, das habe ich euch gestern noch nicht gezeigt, eine biobasierte und bioabbaubare, also rein zu 100% kompostierbare Folie auch zu entwickeln. Da sind wir fast an dem Punkt, dass die schon fertig ist für den Einsatz. Wir haben drinnen auch ein Muster, nur uns fehlt noch diese Geruchsbarriere. Was wir nicht wollen, dass im Endeffekt wie bei den Hundekotbeuteln, die entsorgt werden und dass sie irgendwann anfangen zu riechen. Das muss gewährleistet sein, die Funktion muss da sein, egal ob normal oder eben biobasiert und kompostierbar. Aber wie gesagt, auch da und da denken wir in der Gesamtheit, wir produzieren in der Schweiz kurze Wege. Jedes Produkt, es kommt nichts aus Fernost oder sonst irgendwo. Auch die Folien, wie gesagt, zehn Benutzungen, 1,5 Kilometer mit einem Fiat Ducato. Und das sind alles solche Sachen, wo wir in Betracht ziehen, dass wir da wirklich den Fußabdruck so klein als möglich halten und mit der Technologie es erlauben, an anderer Stelle wesentlich mehr CO2 einzuschreiten. Da möchte ich auch noch eins dazu sagen. Also ich habe auch den Eindruck, dass viele, die das geschrieben haben, dann selbst Mülltüten verwenden aus Plastik. Und man muss ja auch eins berücksichtigen, es benötigt kein Wasser mehr. Also auch hier wird die Umwelt wieder geschaut. Und irgendwo müssen wir hin mit unseren Hinterlassenschaften. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn ich zu einer Entsaugungsstation fahre, wie du es ja selber sagst, dann gehen hier auch viel CO2-Umweltbelastungen drauf. Das nächste ist, wenn ihr dann mit diesem Urineinsatz arbeitet, den ich euch gezeigt habe, dann könnt ihr 70% der Folie, die eigentlich sonst verbraucht werden müssen, könnt ihr einsparen. Und dann müsst ihr nicht alle zwei Tage zu einer Entsaugungsstation fahren, sondern einmal alle zwei Wochen. Oder die Beutel wegbringen. So, dann bin ich häufig angeschrieben worden, weil viele Leute gesagt haben, wie ist es, wenn ich jetzt meine eigentlich gut funktionierende Deadford-Rolle ausbaue und dann baue ich dieses System ein, wie schnell gehen dann die Motoren kaputt, dass ich ein neues Glissaner benötige, beziehungsweise ich mich ärgere, dass ich nicht mein Deadford weggetan habe. Ja, also das stimmt tatsächlich. Wir haben, das muss man dazu sagen, dieses System ja nicht neu erfunden. Es gibt Leute, die das Verschweißen schon lange machen, die die Schweißdrähte bauen, die die Teflondrähte bauen. Auch die Motoren, das kommt nicht von uns. Wir haben das nur sehr intelligent, sagen wir mal, kombiniert. Das heißt, alles, was da drin ist, ist Stand der Technik. Die Servomotoren, die gibt es millionenfach. Die Schweißbänder, die sind auf 3000 Grad Schweißtemperatur ausgelegt. Die werden nicht verschleißen. Also das heißt, natürlich kann mal eine Komponente kaputt gehen, aber hier geht nichts früher kaputt als beispielsweise Wasserbumpe bei Deadford. Und wir haben da auch zwei Jahre Gewährleistung drauf und für den Fall, dass es mal Versagen gibt, haben wir dann auch spätestens in zwei Jahren Service-Stationen. Bis dahin ist natürlich alles im Rahmen der Gewährleistung und man müsste dazu sagen, wir gehen jetzt nicht unbedacht in den Markt, sondern wir haben davor Dauertests gemacht. Zehn Geräte mit mindestens 15.000 Zyklen und nur als wir festgestellt haben, okay, alle Komponenten sind haltbar, das passt so, haben wir uns entschieden, genau diese Komponenten zu verwenden und den Markt mitzugehen. 15.000 Zyklen, das sind 25 Jahre bei, sagen wir mal, sehr gutem Toilettengang. Also im Prinzip kann man auch sagen, es wird so weit kommen, dass wenn, sollte doch mal ein Motor kaputt geht, kann ja auch ein Produktionsfehler oder sonst was sein, dann kann man den einfach austauschen, muss nicht die gesamte Toilette austauschen. Genau. Aktuell ist es jetzt noch so, dass wenn es jetzt noch keine Servicestationen gibt, dass wir da größere Baugruppen austauschen, aber das ist ja das Nächste. Wir vertreiben über einen Großhandel, der einen Fachhandel und auch da werden wir dann Servicestützpunkte qualifizieren, also einfach Händler, die gut sind, wie beispielsweise der Mika, so der kennt sich super mit dem System aus und es kann dann ein Servicestützpunkt sein, wo man dann auch solche kleine Reparaturen machen kann. Dann haben wir den nächsten Punkt, 1250 Euro hast du ja gesagt, kostet das Ganze, das heißt man kann das bei euch direkt bestellen? Nein, tatsächlich nicht, also wir vertreiben nicht an Endkunden, sondern wir gehen an den Großhandel und der Großhandel liefert einen Handel, das heißt jeder kann das bei seinem ganz normalen Händler bestellen und der kauft das über den Großhandel, für 1249. 1249 Euro und dann kann man es auch selbst einbauen? Man könnte es selbst einbauen, aber ich sage immer, wenn man es selbst einbaut, dann muss man Elektriker sein oder sollte es sehr stark elektrischen Hintergrund haben, weil die Kabel, mit denen wir arbeiten, das sind 10 Quadratkabel und da brauche ich ordentliches Werkzeug, um das zu crimpen. Das heißt, wenn jemand das Werkzeug nicht hat oder ein bisschen Angst vor Strom, unbedingt zum Fachhandel. Mechanisch kein Problem, elektrisch sollte da auf jeden Fall ein Spezialist drauf schauen. Gibt es Händler, die das einbauen, hast du die verlinkt auf der Website oder wo findet man die? Auf der Website gibt es oben rechts so einen kleinen Button, da steht Händler drauf und wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr den Postleitzahlbereich eingeben und dann seht ihr in eurer Umgebung, was gibt es für Händler, wo könnt ihr das kaufen, wer rüstet es nach und das werden wir sukzessive ausbauen und werden die Händler auch weiter schulen und entwickeln. Was darf so ein Ausbau kosten? Also sage ich jetzt mal, roundabout kostet die Toilette inklusive Einbau knapp 2000 Euro plus minus, hängt immer ein bisschen von der Situation ab. Dann ist der nächste Punkt dieses Material, man hat ja eine gewisse Grundausstattung wahrscheinlich dabei, aber man braucht ja relativ schnell, gerade wenn man mal vier, fünf, sechs Wochen in Urlaub fährt, braucht man ja gleich ein Vorrat dabei. Wo kriegt man das dann her? Auch wieder beim Händler oder kann man das per Post auch bestellen? Genau, also was wir gemacht haben, wir liefern genau diese Verbrauchsmaterialien, also Grundausstattung ist nicht dabei, die Toilette kommt und wir liefern an den Großhandel immer separat noch die Verbrauchsmaterialien. Das heißt, der Großhandel hat die Verbrauchsmaterialien und liefert die auch an Handel. Das Ziel ist, dass es überall dezentral, wie jetzt die Toilettenchemie oder alle anderen Komponenten, bei Händlern oder auf Campingplätzen ist das Ganze zu kaufen. Oder auch bei Campingwagner, Berger oder wie sie alle heißen. Und parallel haben wir aber immer noch zur Sicherstellung von den Preisen und zur Verfügbarkeit den Online-Shop. Da kann man bei uns auf der Website, steht oben rechts, Folienliner kaufen und da ist immer sichergestellt, dass wenn der Händler um die Ecke mal keinen hat oder wenn man schnell welche braucht, dass man sie da drüber beziehen kann. Das ist quasi so der, sagen wir mal, der Plan B. Aber das ist die Sicherheit, genau. Dann ist auch die Frage zu Fäkaltanks gekommen. Also es wäre ja auch durchaus gerade für Liner eine Alternative zu Fäkaltanks, die ja relativ viel Wasser bei jedem Spielvorgang benutzen und natürlich auch viel Unterboden belegen durch diese großen Wassertanks und Abwassertanks, die sie benötigen. Wäre durchaus eine Möglichkeit. Also theoretisch ja, die Frage ist dann immer, weil da haben wir selber noch keine Erfahrung damit, weil wir noch keine Probanden in dem Bereich haben. Die Frage ist tatsächlich, je nachdem wie ich die Toilette nutze, erzeuge ich ja Beutel. Und wenn ich die jetzt wirklich tagtäglich, sagen wir mal 20, 30 Mal nutze bei den Toilettengängen, dann müssen die ja weg. Und beim Fäkaltank habe ich die Möglichkeit, ich fahre zu einer Entsorgungsstation und lasse alles einmal entleeren bei uns und muss es trotzdem händisch entsorgt werden. Und gerade bei so einer Menge an Toilettengängen muss man die Schublade schon relativ oft rausnehmen oder muss es zwischenlagern. Also sagen wir mal, da kommen wir auch zu dem Nachteil, wenn ich die Toilette so nutze wie eine Toilette zu Hause und wirklich ganz, ganz, ganz viel Toilettengänge drauf mache und jedes Mal einen einzelnen Beutel, dann muss ich die natürlich irgendwo hinpacken. Also das heißt, wir haben bei unserem System im Vergleich zu diesen Tanks nicht die Möglichkeit, so viel zwischenzukuffern. Das muss man ganz klar sagen. Aber es ist ja zum Beispiel, wenn eine Deadford-Toilette mit Kassette ausgetauscht wird, dann hat man ja dieses Fach frei und da könnte man theoretisch etwas einbauen, wo man dann diese Beutel sammeln kann. Also man hat nicht alles frei, das Fach ist ja relativ groß, aber eigentlich ist es nur ein Drittel des Fachs, weil das, was jetzt bei der jetzigen Toilette ja unten der Boden ist, der Sockel, die Kassette steht ja bis da drin. Und das ist bei uns ja die Schublade. Das heißt, wir haben wahrscheinlich so im Bereich 20 bis 30 Zentimeter von der Fahrzeugaußenwand, bis die Holzverzäfelung von der Duschkabine anfängt, da haben wir Platz. Ach so, mehr ist da gar nicht. Nee, mehr ist da gar nicht. Also die ganze Kassette kann man nicht sagen, das ist der Platz, den man für Bäume nehmen kann. Man muss dann im Prinzip einen separaten Platz finden in der Heckgarage oder sonst irgendwo. Genau, man kann tatsächlich das da auch machen. Wir haben zum Beispiel auch den einen oder anderen Kunden, der lang autark unterwegs ist, der hat, das sind diese Fässer, die man oben mit einem Bajonettverschluss verschließen kann. Da schmeißt er die Sachen rein und wenn er irgendwo wieder tankt oder an der Raststätte vorbeikommt, dann schmeißt er da im Endeffekt das Ganze in diese Müllheimer, wo dann auch diese großen Bodenlöcher sind, wo auch die ganzen LKWs, die da Rast machen, ihre Sachen entsorgen, weil es die einfachste Art der Entsorgung. Wobei das ja kein Umweltfreie ist, wenn man das in den normalen Restmüll tut. Also an den Autobahnrastplatz kann man das in den Restmüll reinstecken. Man muss in den Restmüll, weil es von der Deklaration her so ist, also wie Babywindeln, die Hundekotportel, auch wenn wir diese bioabbaubare Folie haben, das darf trotzdem nicht in den Biomüll. Ja, ja, ist schon klar, weil es können ja Medikamentendrückstände und Eis drin sein. Jetzt noch roundabout, welche Vorteile in einen Satz oder in zwei Sätzen? Also das Gute ist, wir sagen gar nicht, die Toilette ist besser oder schlechter als, sondern die Vorteile und die Nachteile hängen immer vom Nutzungsverhalten ab. Ein absoluter Nachteil ist natürlich, ich muss diese Beutel entsorgen. Und wenn ich ganz, ganz, ganz viel davon produziere, dann muss ich die irgendwo gucken, dass ich die wegkriege. Das ist aber gleichzeitig auch ein Vorteil, weil wenn ich jetzt nur einen brauche, dann habe ich keinen Vorbereitungsoffwand. Also das heißt, sagen wir es mal so, es ist eine super einfach zu nutzende Toilette, aber das hängt ein bisschen davon ab, wo ich bin und wie viel ich die nutzen will und ob ich immer auch die Möglichkeit habe, tatsächlich den Mülleimer zu finden, wo ich sie wegschmeißen will. Oder wie viel Lagerkapazität ich habe, beziehungsweise wo ich mich wohlfühle, wie viel zwischenzuladen. Also tatsächlich, ich kann nicht sagen, für wen es gut oder für wen es schlecht ist, weil mich da die Endkunden schon sehr oft vom Gegenteil überzeugt haben, wo ich gesagt habe, eigentlich ist es nicht das Richtige für euch, aber das war es dann doch. Man muss sich, und das ist ganz wichtig, über sein eigenes Nutzungsverhalten bewusst werden und dann mal überlegen, wenn ich so und so oft auf Toilette gehe, wie oft müsste ich dann rein theoretisch die Beutel wegbringen und da, wo ich bin, gibt es da Entsorgung stattzu. Also, man muss sich das selber entscheiden. Das ist auch eine Entscheidung, wir haben es hier nur vorgestellt. Ich habe Fragen gestellt und ich hoffe, jetzt sind alle Fragen beantwortet. Wenn noch welche sind, dann gibt es auch die Website, da kann man sich auch kundig machen, da stehen auch einige Fragen drin. Und wenn alle Stücke reißen, dann schreibt halt eine E-Mail an den Daniel, der antwortet euch. Wenn du nett bist, dann kommst du gerne wieder am Stand vorbei und wir machen nochmal ein Video. Genau, aber morgen reißen wir ab. Also, ich bedanke mich auf jeden Fall beim Daniel für diese kompetente Auskunft. und dass er sich die Zeit genommen hat, denn der Stand ist rammelvoll. Jeder interessiert sich für dieses System. Ihr habt da wirklich ein tolles Produkt entwickelt. Dankeschön. Und ich glaube, auch wir könnten da ganz gut Kunde werden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Ich bin gespannt. In dem Sinn. Danke euch vielmals. Ja, gutes Gelingen bei allem. Tschüss. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018